Will die Gammler immer hier schon rumlaufen und die ganzen Mützen einsammeln, ne? Knüpp ist auch so ein Mützen-Messi, nur so nebenbei. Das letzte Mal hat Knüppel Augenmaier rumgelaufen und hab die ganzen Mützen einsammelt. Aber ich hatte 13 Bandagen direkt von Anfang an. Knüppel ist wie so ein HNZ1 Fun-Sammler. Ich hab jetzt abgewöhnt zu machen aus dem einfachen Grund, weil ich dann meistens trotzdem immer sterbe, weil ich dann One-Shot bekomme. Ich hab mal so viel Bandage mitgenommen, dass ich keine Munition mitnehmen konnte am Anfang. Also nicht genug halt. Ja, ich weiß, wenn du halt alles vollgepackt hast und hast keinen Rucksack, ne? Ja, das ist das Schlimmste in dem Spiel, wenn du kein Rucksack findest. Hey ho, let's go! Let's win, boys! Geh weg, Nebel! Oh Gott, du Arschloch! Das machst du Kirche, 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 Jungs. Kirche? Ja, Kirche. Wo ist die Kirche? Welche Richtung? Ich sehe die Kirche nicht. Westen. Ich sehe sie auch nicht. Sag doch mal gleich bitte Westen oder so. Ich bin schon ganz woanders, aber ich hab eventuell einen Police Car. Ich hab auch einen Police Car. Ich hab ne Kirche. Nummer zwei, das ist auch noch. Können wir uns besser splitten. Können wir einen Split-Push machen. Oh, da kommt einer hingeflogen, kommt einer hingeflogen zur Kirche. Wo musst du denn gerade? Ich bin ja einfach unter irgendwo. Bist du das, Knüppel? Das bin ich. Wo ist Dave? Hier drüben. Hier drüben ist recht. Geradeaus. Hinter euch. Hinter uns. Doch, hinter uns schon. Okay. Sag doch mal sowas wie hinter euch. Ich hab nicht gesehen, wo er in welche Richtung geguckt hat. Ich hab's gerade erst gesehen. Dave, das ist mir nicht still. Ja, ich hab grad gedrückt, ich hab ein bisschen losgefahren. Push the button. Wäh, wäh. Wäh, wäh. Wäh, wäh. Wäh, wäh. Ich hab auch noch, ich war hinterher. Hier möchte ich nicht looten. Hier looten wir zuerst. Okay. Hier möchte ich nicht looten. Hier looten wir zuerst. Hier looten wir zuerst. Okay. Das war der Trotz. Wir haben nur ein Auto. Hier ist der Mario Toaster. Ich kann ihn leider nicht mitnehmen, sorry. Gott, Makarov und so eine Scheiße, ey. Jetzt einmal geschafft. Finger weg von meinem Auto. Ja, genau. Das wollte Daniel letztens machen und hat's vergessen. Gibt die Rehne an. Herzhaft? Ja. Oh, wow. Das ist das Officer-Auto. Ich weiß nicht, ob das wirklich machen möchtest. Klar. Kevin hat das hier geriggt wieder. Jetzt geht die Sirene nicht auf. Oh Gott. Ja, bis sind die Leute wenigstens, wenn wir kommen. Lustiges ist, bei unserem Auto kann man das nicht anmachen. Nein? Nein. Mit X passiert nichts, was eigentlich auch anmachen. Oh Gott. Das hängt so nervig. Dave, wir sind im Chat in den Augen. Hättest du nicht wenigstens das andere riggen können? Das hier ist voll gut im Schuss. Das andere ist mega im Arsch, was wir fahren. Ey, jetzt sei mal nicht so negativ wie bei uns ein cooles Auto. Vor allem immer ein Officer hinterher, aber zack, zack, du. Metro Division übrigens, wo sie nebenbei. Seit drei Jahren. Das ist halt einfach. Der hat sich erschrocken. Der hat sich nicht mehr aus, Alter. Das ist so nervig. Hast du wenigstens Sprit rausgenommen hier? Ey, hier ist noch Sprit drin, Kevin. Hör auf, mit der Pistole aus dem Auto zu schießen und dann lass mir fahren. Jetzt mal nur den Revolver leer. Naja, nur den Revolver leer. Dann hast du zwei Leichen im Auto. Aber hier hattest du einen Feinde, Alter. Das war so Cancer. Ich hatte auch mal hier einen Feinde gehabt. Genau an diesem... Ne, das war... Genau an so einem Gefängnis war das. Der eine war drinnen und ich war draußen. Und bin gestorben und an den Gips, weil die hier rein kam. Klippen und ich looten den Scheiß hier. Okay. Ist gerade erst gespawnt hier. Ja. Die Sirene merkt man gar nicht. Mario, nimm du die Body-Armor. Oh, Body-Armor. Aber so, deine Revolver sind größer als meine. Bist du mich relativ gut im Versteck. Kevin, Alter. Ungelogen, ne? Ich hasse dich so sehr für den Bug. Gut, dass ich rausgefunden hab, wie der funktioniert, oder? Oh ja. So schlimm einfach. Ja. Eine Axt. Ja. 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 Alle denken jetzt, das ist ein Bait. Wir fahren hier nicht hin. Was? Kann sein, dass im Zünder übrigens der Blut irgendwie angezogen wurde, oder so? Dass man mehr findet? Nee. Ach. Jumg. Fliegerzeug. 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 Kein Ding, ich bin im Zelt für ein Fall, dass Bomben fallen. Oh Gott, diese hässlichen Vögel, ey. Werdet das ein, oder was? Ja, klar. Okay. Easy halt, ne? Ah. Oh, der fliegt aber relativ langsam, ne? Ja, deswegen. Der ist ein Dropper. Der ist ein Dropper. Der droppt gleich bei uns. Das ist ein Dropper. Ich bin auf dem Klo. Es gibt einen Dropper. Ihr müsst mal außerhalb gucken von dem Lager, hier liegt auch überall Loot. Hier sind zum Beispiel noch military Backpacks, ganz viele. Oh, der droppt, der hat getroppt, der hat getroppt. Der ist relativ nah bei uns. Er ist droppin. So hot. Oh cool, du kannst durchs Zelt looten übrigens. Oh ja, der ist relativ nah. Oh, Sneakers, fuck you. Ah, ne sind die Greensets da. Die sind schon wieder eng gespissen. Auto, Auto, Auto. Was bin ich? Achso, noch eins. Ich mach ein, Knüppel. Bin hier hinten, ganz weit außerhalb. Komm rein. Wo ist der Drop eigentlich runtergekommen? Ich seh den nicht. Äh, da die Richtung. Norden, genau. Ja, Norden, Nord-Ost. Das ist David, wo du bist. Knüppel. Das ist David. Hey, du steig ein. Wo? 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 wenigstens drinnen was mega nervt ist dass du nicht so hoch ganz relativ halte richtung mal übrigens ich bin auf den berg fahren um zu gucken dass sie von unserer position aus jetzt nordost daniel obwohl nord nordost ich sehe es nicht meine muss eine handbremse ist die auf leertaste oder space auf f da direkt vor uns los und steigend aus und mann los vor uns wo ich sehe nicht rum oder was da wohl gebombt hat recht links müssen weiter links glaube ich da jetzt sehe ich nicht sehen jetzt ja fahren die nur den berg runter nur wer will mir fallen wir fallen den berg berg runter gut ist nicht bestimmt nicht alleine ziemlich wahrscheinlichkeit ja das ist so ein riesiges ding ich habe ausgemacht er öffnet sich gleich wie so eine pinata oder selbst aus also gerade blut gesagt blut blut ich denke ich könnte aus es geht jetzt raus hier wurde gelootet geist hier wurde genutzt oh mein gott ist so wie das kein kopf ist ein bomben abgefallen das ist das was das war das war der lokalen sind zwei herz gegeben Hier oben ist noch einer, der ist unverwundbar oder so. Der hat die übelsten Desync. Kommt hier hoch, hier oben ist bestimmt noch mehr. Der Typ ist Terminator-Style auf mich zugelaufen, brennend. Okay, jetzt nix mehr, alles gut, alles gut. Ich geh in den Raum rein, guck in die Ecke, dann so in der Ecke und ich so, hm, das ist aber merkwürdig. In dem Moment realise ich, der wird farblich nicht angezeigt und dann bin ich einfach runtergerannt. Du weißt ja, in dem Raum, wo du stehst, in der Ecke stand der Ficker. Holy shit, I shit my parents like a master. Oh man. Gott, Alter. Ich mein, ist ja nicht brennt auf dich zugelaufen, Alter, und wollte nicht sterben. Ernst, das war nicht schön. Es waren nur drei Stück Geist, ne? Kevin, hast du den Schlittschirm rumgelootet? Naja, hab ich. Was war drin? Äh, Sneeper. Oh, nice. Kevin, mein Freund. Ach was. Oh man. Wo bist du? Äh, warte, ich geb dich fully equipped. Nein, du kannst... Warte, hier, warte, ich hab dich fully equipped. Okay. Fünf Granaten oder so, oder was ist das für ein sicker Scherz, du jetzt durchziehen möchtest? Okay. Hier neben dir. Moment, hast du mir jetzt wirklich das Hunting Rifle gegeben? Ich dachte, das war ein Scherz. Wow. Ich hab dir fully equipped gegeben. Du musst alles mitnehmen hier. Ist das ein Scherz und schießt mit deinem Kopf oder so? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das ist echt... Wirklich, oder? Schön, Kevin. War das ein Giddy, oder was hast du mir gegeben? Ja, genau. Oh. Kevin, hey. Hast du wenigstens den grünen Giddy? Nee. Nein, natürlich nicht. Aber das ist eh hier egal, weil... Echt nicht, da werden können, dass der grüne Giddy ein bisschen besser ist. Naja, das Problem ist, auf weiterer Distanz wirst du eh in eine Schratzen-Simlette. Ja? Wollen wir AK-Munition tauschen? Ich hab 346 Schuss für die AR. Nee. Und ich mag das Schuss. Okay, komm her. Warte. Äh, ich droppe dir hier AK. Okay, dann droppe ich hier drüben AR. Das geht wieder nicht. Doch jetzt. Da. Bist du nah an der Leiche. Wenn du an der Leiche dran bist, dann musst du das mit dem Rest-Click-Drop machen. Dankeschön. Klar, gerne Krippe. Du hast noch hier die AR-Rounds vergessen. Hier liegen noch welche. Ich kann nicht mehr mitnehmen. Ich hab 750. 380. Okay. Warte, hier. Mehr kann ich nicht mitnehmen. Oh Gott. Das ist ein Mag-Shift. Zeit für die Wandasche. Das ist schwierig. Warte, lieber ein bisschen den Gebiet. Wenn du hier auf die Idee kommst, nicht dass jemand auf die Idee kommst. Ja, ich muss erst mal ein Bandage machen. Ich hab fast alle verballert. Dann müssen wir kurz ... Was ist hier? Was ist die Rückmärmung? Was ist denn das Impfen, Kevin? Äh, aus der Kratie. ach so da war das alles drin also die aber habe ich selber gefunden hat noch ich habe hier noch benzin im übrigen was ist eigentlich was mehr eigentlich überhaupt eine arme auf den boden klar so ist mir mit der leistet schießt mich hier so wenn irgendwie macht zu kommen runter gehen kommen die gratten tür auf gemacht das war ich das war ich das war ich gebe ich jetzt du hast mir rot gemacht dankeschön geben wir mal deinen helm oder hier mit den helm dann nehme ich da das sind falsch mit dem eingesammelt na wie das sexy aus hahn knüppel leg mal den helme auf dem boden aber das ist der helme kann da nicht weil du wieder nicht stehst das sieht ja aus wie eine des ist denn ich dachte gleich mehrere helme ich habe mehrere helme bütte hier liegt am boden und das geht auch nein da muss ich die so aufgeben nachdem man seine makeshift ammo liegen lassen nachdem ich den schlüssel ja da liegt da danke aha sieht aus wie ein punkter sieht aus wie sven wir sind jetzt los kann man unseren sven crossplay machen warte hier warte hier hey das ist ja cool du auch den richtigen helmen dafür auch noch auf weil da und brasilianisch mit so ein kiffer helm das kann ich waren die ganze in der zone mit ich ne ja 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 jetzt habe ich auch ein molly ich habe immer noch poops in der panne kann das sein dass du irgendwie so ein sensitivity auf 100 prozent stehen muss oder weißt du was zufälliger weise kevin ne ich habe keine ahnung ich habe es aber auch nur auf dieselbe deshalb ein bisschen langsamer ich habe mich dran gewohnt gewohnt ja 100 prozent ist definitiv falsch ich habe es heute nicht so mit den öls glaube ich getotelt getotelt ich will es nicht verarschen alter das ist die oh was alter haben sie sich dabei gedacht was denn die 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 sensitivity wenn man das gobt das ist mega weird man das ist weil die das spiel beherrschen auto süden auto keine ahnung was besser ist alter ich fühle mich nicht wohl mit der einstellung wenn ich komme hat wahrscheinlich angehalten was weggefahren eins von beiden südlich von unserer position aus sorry wollte nicht blocken ich kann hier nur perfekt aus dem fenster gucken krise kann hier hey knüppel hey knüppel wassers knüppel sollte ich noch mal ein bisschen hallen ne wo tatsächlich gib mir mal deins gib mir mal deins ich mag das spiel nicht der rucksack verschwindet nicht wenn ich ihn geliehen habe eventuell sind mittendrin richtig mittendrin holig haben wir jetzt hier ich mag das haus nicht ich mag die ganzen häuser überhaupt nicht mag die häuser kämpfen weil ich meistens wegen dieser blöden zerstörten ansicht das problem ist mein hauszeit kacke mit dem also weil ich raus dass eine wand dran kommst du jetzt aber die first person in small tactical könnte sein das gleiche bau zum job runterkommt ja es ist zumindest bei den bergen ja bei uns mit dem berg südwesten ich komme oder knüppel so auto erst mal machen wir uns ein fuhrpark hier vorne messen ja südwesten ja momentan fährt das auto automatisch rückwärts hat aufgehört ich mag das wie schnell wir alle einsteigen das meint das wasser animation was ist das kommt es richtig gut hatte das hat wenn du voll vollfahrt bist ja ein schuss oder war das ein fehl zu machen also 200 fährst du mit 200 und steigst einfach aus hast du schön gemacht da hier danke jo fuck them bitches up jo fuck them bitches ausmachen ja weiß aber nicht wo der ist der drop irgendwo relativ direkt wo wir sind den gott hat nicht mehr das problem da hinten steht ein auto auf einem feld das ist wahrscheinlich unser altes oder ja das ist doch glaube ich da wo wir vorhin waren guck mal das wurde ein bisschen weiter gefahren dann hat irgendjemand bemerkt dass die sirene an ist und hat die nerven verlor i can't be more tactical visit weil hier muss da irgendwo wenn man da du ist allein in der putze jaja ja gut aber das ist doch neu wir sind doch vorbeigefahren direkt über uns wir konnten auch noch nicht so hoch gucken ja dann fahrt ihr mal da hin und ich steig mal hier aus schnipper dann nicht direkt ran fahren denke dran ich erinnere mich an mein eines malen mit dir kann ich fahren jemand hat die schlüssel mitgenommen kriege ich cover? Ja warte ich komme, ich komme, ich komme. Ich loot schon. Oh oh, Bomben, 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 Bomben. Oh shit, Kevin ich glaube bei dir jetzt direkt Dave, oder? Ne, woaaah! Ayo, lebst du noch? Ich hab den Sniper. Na, es schaffen beide eine. Jo, die Bomben fallen über dem Sniper, Sniper, Loot, 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 Sniper, Sniper, Loot. In der ganzen Zeit hast du das Ding ja immer hotwiren können, Alter. Was? Du weißt nicht wie das geht. Rechtsklick auf Hotwire. Achso. Okay. Ah. Ja, wir müssen... Eigentlich sind wir... Ah, weg hier! Oh nein, du fährst gerade genau in einer Linie dazu! Fick dich! Geht gar nicht, Alter! Du Wichser! Das Lustigste, was ich mal hatte war, ich bin genau in dieser Bombenlinie gelaufen. Und ungelogen alle Bomben sind um mich herum explodiert. Ey Kevin, wir fahren hier um zu den Bäumen hin. Folge uns mal. Kevin fährt wieder mit dem Auto. Nein! Also, ich glaube wir müssen entweder... Ja, ich hab keine Ahnung. Also, die Stadt wird zum Glück nicht... Nee, es wird das offene Feld und mitten auf dem Highway. Highway 25! Ja, guck mal, es sind viersten Leute nur am Leben. Das bedeutet Potenzial nur zwei Teams. Also, nicht nur ein einziges Intaktes Team. Ja, maximal zwei Teams. Ich sag mal so, das letzte Mal, wo wir zusammen gut zu dritt gespielt haben und gesagt, hm, guck mal, das ist ein Polizeiauto. Da könnten vier, fünf Leute drin sein. Maximal. Und dann waren es fünf Leute. Mach mal aus da, Mann! Geht nicht! Dann geh zurück und hör das andere Auto! Das ist fast leer vom Tank her. I don't care! Und fast kaputt! Du darfst nicht mit der Gang fahren, wenn du die Sirene an hast! Komm, Boys! Wir rollen aus! Oh, jetzt sind wir mittendrin relativ. Da ist ein Polizeiauto, falls ihr euch noch nicht gesehen habt, mitten auf dem Feld. Links. Da sind bestimmt Gegner. Ach, da ja! Stimmt, ich seh's auch. Ich schieß mal drauf, ich guck mal. Deck uns mal von hinten. Bist du bereit? Go! Erschreck mich trotzdem. Was? Ja, du bist ausgestiegen, oder? Ja, das fährt. Kommen wir auf uns zu? Mehr oder weniger. Ja, ja, doch, doch, doch. Prepare! Fangen die echt auf uns zu? Die sind nach links. Die brennen, die brennen! Die brennen, die brennen! Ja, das ist gerade explodiert. Ich weiß nicht, ob sie noch rausgekommen sind. Ja, unten in der Stadt. Ich seh's, ich seh's. Unten in der Stadt an den Häusern dran. Eins, zwei... Ja, genau, ihr seht's ja auch. Nice. Ich seh nur eine Person. Dave, mach's doch rund um Sicherung. Kannst mal gucken, ob irgendwo... Jo, ich geh nach hinten. Push ein bisschen weiter nach vorne. Hat Hit. Nice. Was ist denn der? Im Haus, oder wo? Gegenüber. Gegen das Haus. Hast du zwei Stöcker, oder nur eins? Eins. Ist immer im Garten. Springt hier rum und wir baiten. Kann ich sehen? Ja, ich seh ihn im Garten. Kann ich sehen? Kann ich sehen auch, ja. Ach, Hit. Links und rechts mal im Auge behalten. Ja, ich guck die ganze Zeit um uns herum. Also... Links und rechts mal im Auge behalten. Ja, ich guck die ganze Zeit um uns herum. So wie ich mein Glück kenne, kommen sie von links auf meiner Seite. Keine Ahnung. Kann irgendjemand vielleicht die Karre wegfahren, die ganze Zeit tut tut macht? Das ist echt ein bisschen verräterisch. Kannst hier so ein Stückchen wegfahren nur? Unterwegs. Oh. Laufen von dem Haus nach links, Kevin? Ja, ich seh. Der ist ja am... ...dann drüber komplett in den Wald rein. Keine Ahnung, wie man mit dem Ding vorziehen muss, Mann. Nicht so viel. Na, echt nicht? Jetzt hab ich richtig weit vorgezielt. Ich hab grad am Schein gehittet. Okay. Hab ich nicht so krass vorgezielt. Die Kugeln scheinen ein bisschen schneller zu fliegen. Okay. Was ist ein Geräusch? War's ein Hunting Rifle? War ein Hunting Rifle, ja. Haben wir auch eins und sind in der Stadt drin? Sieht zumindest so aus, ja. Oh ja. Irgendwann hört sich so an. Aber die müssen uns entgegenkommen, oder? Ja. Na, die sind tatsächlich nicht. Na ja, stimmt. Ja, wir können halt ganz links außen rumlaufen, ne? Naja, klar. Wo Dave jetzt ist. Oh! Ja. Wie close, Dave? Das war sehr close. Oh, die sind bei mir! Down. Links auch noch einer! Hab ihn getroffen? Weiß ich auch, was ich... Oh, shit. Ich muss verbinden. Hat hit, hat low AP. Ah, ich bin tot. Ich hatte null HP. Ich hatte nur HP. Ernsthaft? Ja, ich hatte 1 HP oder so. Warte, warte, hier muss noch irgendwo jemand sein. Dave, bist du noch eine Kamera? Ja. Fuck. Du bist gestorben, Dave. Seh ich gar nicht. Ja, direkt wo ich hier liege. Überknüppel, überknüppel. Der eine Typ ist nach links und der eine ist nach rechts. Hab beide geholt. Mal wieder rechts, ob da was kommt? Ich hab' gesagt, die kommen links. Ich hab' auch grad was zu gesagt, ohne die umrunden uns von links und treffen gleich bei Dave und wird Dave angeschossen. Ey. Ja, ich hatte irgendwie 1 HP oder 2 und hab' halt viel zu... die Dinger brauchen halt viel zu lange, weil es waren da ist. Und so. Scheiße. Ja. Wir regeln das. Wir regeln das. Wir sind... Maximal noch 1 intakt des Zwimmer-Team. Wir haben 2 Sniper-Rifles. Ja. Ich hab' ihn gerade einmal getroffen mit dem Sniper-Rifle. Der muss U-Low gewesen sein. Nein, hab' ich ihn gebeten. Ich hab' ihn noch einmal eingehitten, der war down. Hast du geguckt, ob die Rüstung dabei haben oder so? Ja, eine ist sein Nut. Bote weggelift. Hatte Dave vielleicht noch genügend Zeug zum Rüstung bauen? Äh, ich hatte Helme. Aber kein Military und kein... ne? Lustiges Dingschen. Tape. Okay. Ducktape. Uuuu. Nananananananaana. Ducktape. Uuuu. Ich hab' auch kein Ducktape. Klippe, komm mal her, hier. Ducktape hab' ich. Auch kein Ducktape. Ich hab' Ducktape für euch. Nee, ich hab' AK-Munition. Ich weiß halt nicht, ob meine Rüstung kaputt gegangen ist, weil ich hatte ne Makeshift dabei gehabt. Ich hab' immer Ducktape hingelegt, aber sie ist verschwunden. Wieso nicht? Ich hab's auf den Boden gelegt. Ich glaub' das Server ist übertrieben laggy. Kommt du noch mal zu Dave? Ach, vielleicht deswegen auch kein Beutel von dem Gegner. Auch von Dave kein Beutel übrigens. Ja, stimmt. Ja, okay. WTF. Ja, doof. Ich hab' nicht mehr auf dem Boden gelegt. Ahhhh, warte, warte, warte. Nee, das ist nicht. Ich hab' nicht mehr auf dem Boden gelegt. Das war mein engster Inventar, was ich gesagt habe. Ihr könnt jetzt nach linksseite. Ja, denn das ist das Inventarbuggy. Also, alles was halt auf dem Boden liegt, wird nicht mehr gelegt. Alles klar, Kevin? Mit dein Sprachzentrum? Das war schon irgendwie rippt. Der Gas ist spätin. Komm, wir müssen mehr ein bisschen fahren. Ich komme. Tschüss, Freunde. Wir müssen gar nicht laufen. Wir können auch laufen, ne? Eigentlich schon, hier. Warte mal kurz über Dave drüber fahren. Sag ein, Dave. Hauf rum zu scherzen. Wie ist das auch da vorne? Auf dem Berg? Direkt wo wir drauf zu fahren? Ja, sehe ich ja. Genau geradeaus zu. Ja, da war auch jemand, der ist weggelaufen. Ja, der ist direkt hinter dem Stein, ne? Da ist hinter dem Hügel hier, in dem Kleid. Da ist ein kleiner Hügel, ist einfach. Ja, raus, komm. Lass hier warten. Einer fährt mit dem Quad links hinten weg. Am Berg vor uns. Hinter dem Berg jetzt, hier vorne. Ja. Muss ich das ein bisschen holen. Bei mir ist niemand. Der muss rechts runter gelaufen sein, wenn. Der ist hier vorne, also noch eins weiter bei der Quad, die hier steht. Hinter dem Berg, wo ich jetzt hinten renne. Close hier. Einer hat Hit. Der hat Hit gefressen. Der hat gerade so aufgefloppt. Der hat jetzt auch wieder hier. Vielleicht war das Gebiet einfach nur Buggy, wo wir gerade waren. Wirklich, ja. Bei mir ist immer noch keiner. Dave, wirklich? Aber es sind gerade Bomben runtergekommen. Bei dir? Ja. Ja, hier in der Nähe ist auch ein Drop runtergekommen gerade. Ich habe die Karo wieder genommen. Jo. Ich habe die Karo wieder genommen. Ich habe... Ich habe... Keine Ahnung, wie ich den missen konnte, Alter. Lass einfach kurz hier später hier warten. Okay. Weil die Position ist gar nicht so schlecht. Ich fahre nur die Karo ein bisschen mehr an. Also sind jetzt noch drei Stück da. Ja. Warte. Komm, wir pushen die, Alter. Los geht's. Komm. Hallo. Ja, ich kann... Die sind... Äh... Genau Osten von uns sind. Die ganze Zeit in einem Stall. Und dann... Da stehen wir in der vorderen Partei hier. Wollen wir einmal? Zwei Stück noch sein. Genau Osten war der. Jetzt habe ich ihn noch eingesehen. Ähm, wir sind... Sind wir in der Sonne, oder? Wollt ich mal kurz auf den Hügel hier hoch? Ne. Sind wir gleich nicht. Ne, ne, da wo der... Wo der Hügel ist, man knippe. Schau mal die Karo dahin. So, danke mal. Der ist in der Position, ja. Ich komme mal kurz. Im Norden von dieser Stadt hier. Äh... Genau im Osten sind die Gegner. Also ein Gegner habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob da zwei waren. Genau im Wald hier wahrscheinlich, wa? Hier können wir bleiben auf dem Berg auf dem Osten. Ja, der ist gut. Auto? Zwei, zwei, zwei. Der hat's angehalten, vor uns angehalten, ja. Hab eingetroffen. Oh, ich habe eine starke Hitte. Ich muss mir kurz pfeilen. Aber beide haben Hit von mir, mit Sniper-Hit. Hab einen. Der andere ist hinterm Stein, hinterm Stein. Dahinter, hinter der Leiche am Stein ist der. Linke Seite. Nicht der, nicht der Baum. Ja, ne, da ist aber einer hinter, Mario. Achso, ich dachte, der wird gut. Nein, nein, nein. Der hat den nur getroffen. Ja, der hat den nur getroffen. Auf einen. Nice. Welcher war das? Der ist am Stein, am Stein, am Stein. Der ist am Baum, am Baum hab ich den getroffen. Stein, jetzt der letzte. Der hat Hit. Der hat zwei Hits von der Sniper gefressen. Mit der AK hier, pushe ich. Ich geb dir Deckung mit der Sniper und lauf auch. Ist er noch am Stein? Safe? Ja. Direkter hier vor mir, ne? Oder noch einen weiter hinter. Das müsste er genau da vorne. Links vom Auto. Links vom Auto. Ah, okay, alles klar. Ja, ihr sehn. Oh, da schmeckt Granaten auf mich. Noch eine. Na links, nach links, nach links. Nein, nein, alles gut. Ich hab die gesehen. Achso, okay. Nice. Gute Arbeit. Letzte ist. Wir sind gewonnen. Wir sind gewonnen. Ist vorbei. So. Wuhu. 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 Ich freue mich, dass ich, dass ich helfen konnte. Ich finde, ich finde es ziemlich gut, dass da steht. Ein Kill für Knüppel. 4 für Daniel. 3 bei Mario. 0 für Dave. Und Dave ist tot. Danke. Warum schießen sie auf mich? Vielleicht wenn man anfang fragen sollte. Wettet darauf. Wer verliert? Was stirbt von uns? Das ist nicht lustig. Ich möchte das Spiel nie wieder spielen. Du kannst du schießen und ich nicht. War immer nur einer hat das Item, nur das Fenster bekommen und gewonnen. Achso. Achso, nur einer. Ja. Ich bin's nicht. Ich bin's. Aber ich bin ja auch tot. Ah. Ja. Ich habe in dem Mistspiel was getroffen. Und den Snipererf. Sack ich dick. Du hast vier Leute getötet. Holy shit. Ja. Zwei von den Terminatern. Und äh. Wow, Alter. Wir haben gewonnen. Das ist ein Stolz auf uns, Alter. Es hat so viel mehr Spaß gemacht, als so zu spielen. Oder, oder, oder das eine Game, das ich mit Mal gespielt habe, gegen den Silent Aim Hacker. Das war heftig, Alter. Ja, das war heftig, Alter. Aber so ein Typ, Knüppel. Äh. Der, äh, stand mit der Schau... Guck mal. Stell. Warte mal. Warte mal kurz. Achso, jetzt kannst du dich töten. Guck mal. Der Berg dahinten, ja? Siehst du den? Den, die Richtung der? Bin leider aus dem Spiel rausgeflogen. Achso, okay. Mayo. Okay, hier. Ungefähr aus der Richtung. Ein Typ mit der Pumpkan, schießt auf den Boden, dreht sich im Kreis. Und ich stehe ungefähr hier hinten hinterm Stein. So bei Mayo. Und kriege plötzlich Hits. Mayo denkt, ich bin wahnsinnig. Und springe so nach hinten weg. Leg mich hinter so einen Berg. Und plötzlich falle ich tot um. Von der Shotgun umgebracht. So aus 400 Metern. Hä? Wir haben noch zwei gelebt. Zwei haben noch gelebt. Ja, äh, hier übrigens Abschlussworte. Äh, das war Hisi. Mit, äh, David Knüppel und mir. Wie hat's euch gefallen? Jetzt leistet ihr einen Kommentar. Weil, wir machen nicht häufig Hisi-Videos. Und... Einsi? Schaße dich. Was? Ey, das, das darf nur ich sagen. Weil ich gestorben bin und null Kids hatte. Und, und, es ist interessant eure Meinung zu erfahren über Neuspiele, die wir spielen. Denn Neuspiele sind gut. Weil, dann werde ich nicht wahnsinnig, wenn ich den ganzen Tag nur Arma spiele. Amen. Versteh ich nicht. Aber Daniel, spiel doch mit der Arma 2, DayZ-Mod. Wow, Moondy. From Origins. Origins ist immer noch die beste Survival-Mod. Dankeschön fürs Zuschauen und, äh, bis bald. Ciao. Wow, Daniel, bist du ignorant? Ignorierst du uns einfach? Bist du abgehoben geworden? Ich erinnere mich an 2014 Moondy, den ich abonniert habe. Der war ganz anders. Hatte auch mehr Haare als jetzt. Und der Knüppel, seitdem der bei Beatsmeet ist, ist er voll abgehoben. Das discriminieren, ja. Und das nicht gut, doch. Ich bin nicht gut denn. Ich bin egal. like, đi jetzt. ковritte keine Ahnung. Wer uns nicht mehr películat was Finding Уg. Lieber ohne eineברים-Zistobe. , warum das Ganze- BET den Genesis haben der Oック. Immerhin. Und ich bin so bereit.